hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge zum spiel farm together ja ich habe ja schon angekündigt dass wenn ich so halbwegs fertig bin dass ich dann noch mal ein video mache jetzt ist es soweit wie im hintergrund schon so ein bisschen erkennen könnt ja hat sich jetzt viel viel getan aktuell bzw eigentlich bin ich schon fast fertig wenn man so möchte ich zeige euch mal kurz die karte das ist jetzt meine neue farm wenn man so will also meine zurückgesetzte farm die mittlerweile komplett ausgebaut ist ich hatte ja schon die blumen aufgestellt beim letzten mal ich hatte schon die ganze baumreihe aufgestellt hier unten ich hatte schon die fische hier aufgestellt und den farmhelfer der hier drin stand mittlerweile habe ich hier auch noch ein ganzes feld maulbeeren hingestellt bei ihm hier oben ist jetzt noch ein riesiges feld was komplett mit sprenglern voll ist und hier unten habe ich die besagten kreuze hingemacht von denen ich immer gesprochen habe habe dann hier unten die freien stellen weil wir ja nicht so viele farmhelfer leider haben habe ich dann komplett voll mit schwarzen rosen gemacht hier mit gerberas voll gemacht und hier unten bzw oben das sind alles häuser die ich hingestellt habe ja ich zeige euch das ganze jetzt noch mal in real also die blumen die habt ihr ja im endeffekt schon gesehen die sind hier alle schön ja aufgeteilt sage ich mal die rosen sind alle zusammen bei denen nicht rosen die tulpen meine ich bei den tulpen ist es übrigens so dass ich das komplette feld mit sprengler voll gemacht habe ich glaube das habe ich letztes mal schon gezeigt ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher hier vorne im eingangsbereich habe ich jetzt alle nebeneinander gestellt die man so leveln kann also hier diese ganzen teichfilter system gewächshaus baumschule und so weiter so kann ich eigentlich die ich bin da schon weil ach so wegen dem käse okay das heißt das ist quasi so nach links die seite die eigentlich mehr intern für mich ist warum ich jetzt hier noch einen offen hat weiß ich auch nicht den nehmen wir mal an und bezahlen aber schnell die helferlein die hier alle drauf sind weil die sollen ja auch noch was zu tun haben ja dann der eingangsbereich da ist ein bisschen großzügiger angelegt worden vielleicht finde ich noch irgendwas schönes was ich hier als deko hin machen kann muss ich mal schauen was mir immer wichtig ist meine deutschland fahne weil halt eben auch viele dann bei mir auf die fahne drauf kommen und ja wegen meinem namen wahrscheinlich also gehen klären hört sich ja doch sehr englisch an ist ja auch im endeffekt englisch und die fangen irgendwie direkt damit mir auf englisch zu schreiben was an sich ja okay ist also wo ich auch darauf antworten alles das ist nicht das problem ich bin auch mit zwei englischen oder englisch entsprechenden leuten befreundet über farmen aber es ist halt doch ja besser wenn man direkt weiß hier kann man deutsch schreiben das ist dann einfacher das gäste buch steht auch direkt hier am empfang also ist alles schön ja hingestellt dass man direkt weiß wo was ist ich habe erstmal hier zwei von den tankstellen ich bin gerade überlegen ob ich jetzt noch brauche ich jetzt so aktuell also für die blumen brauche ich zwar noch welche aber dann könnte ich mal eben auf die schnelle stoff da nämlich noch die dritte tankstelle hinstellen dafür habe ich mich extra platz gelassen ich hatte aber gestern noch nicht die medaillen dafür so das heißt wenn man neue reinkommt hat man direkt drei tankstellen wo man sich aufladen kann was ich persönlich immer sehr wichtig finde dass man direkt weiß wohin und wo kann ich mich aufladen hier habe ich eine komplette straße gemacht wo ja drauf geklickt werden kann und alles verkauft werden kann hier ist noch mal ich habe ich das von mehr so viel habe ich jetzt noch nicht ich habe selbst noch nicht lange online gehabt ich habe hier noch mal eine komplette straße mit den fruchtpressen hingestellt und bei fast also nicht bei allen aber bei fast jeder ja gut hier sind sogar drei bei fast jeder bei fast jedem reiseziel habe ich eine tankstelle stehen hier soll eigentlich noch eine hin aber das problem ist dass ich hier dummerweise nur einen frei habe und ich da gerade echt nicht weiß was ich da machen soll ich möchte schon gerne die straße hier behalten das sieht halt eben schöner aus dann müsste ich aber hier so ein käse bottig weg machen und ich brauche eigentlich schon die ganze strecke hier weil die halt eben auch fünf minuten brauchen das ist halt das problem und wir jetzt eben schon gesehen habt ich muss jetzt zum beispiel für die nächste erweiterung wieder käse haben und das wirklich in hülle und fülle das war glaube ich das 2 ich weiß es jetzt gerade gar nicht ich mache mal kurz hier die strecke durch und dann schauen wir noch mal kurz nach weil dafür habe ich diese strecke halt gemacht das ist ein bisschen blöd ich hätte das anders machen soll ich hätte hier vier reihen machen sollen also vier plätze dass ich nach hinten immer so zwei machen kann habe ich aber nicht darüber nachgedacht und habe dementsprechend jetzt die häuser alle hier vorne ran und bin auch ganz ehrlich habe auch keine lust jetzt alles umzustellen wieder das ist dann auch irgendwie blöd vielleicht mache ich es irgendwann mal aber jetzt im moment akut 176 brauche ich sogar dafür also deswegen ist es schon ganz gut wenn man hier so eine große strecke hat wo man dann immer draufklicken kann finde ich persönlich ja wie gesagt also fast an jedem ziel hier an jedem reiseziel ist eine tankstelle hier wird wahrscheinlich noch eine zweite tankstelle hinkommen denke ich mal weil hier ist halt der platz noch da dann habe ich wie gesagt hier die komplette reihe mit häusern voll die schauen wir uns auch noch mal im einzelnen an wenn ich die häuser dekoriert habe da mache ich da noch mal eine extra folge zu ach ne moment ich habe die häuser ach ich bin was rede ich denn hier für ein quatsch die häuser sind ja dekoriert das ist ja nur die farme die ich zurückgesetzt habe oh mein gott es ist zu früh am morgen heute ich merke schon hier hatte ich ein bisschen platz übrig da wusste ich nicht so genau was ich machen sollte bis mir eingefallen ist dass ich ja meinen berühmt berüchtigten fußballplatz noch gar nicht aufgebaut hatte den habe ich dann im nachhinein noch hingestellt und ich finde bis auf dass ich ja im prinzip rechts einfeld zu wenig habe also es ist nicht ganz akkurat links sind halt zwei felder frei rechts einfeld aber ansonsten finde ich sieht das gar nicht mal so schlecht aus jemand kann sich übrigens auch das geht hier hinsetzen und dann beim spiel zuschauen wenn hier einer fußball spielt das finde ich richtig cool ne du sollst da nicht rüberspringen hallo so hier habe ich die ganzen farmhilfe aufgebaut an den stellen die nicht mit dem kreuz verbunden sind also sprich diese äußeren stellen hier da habe ich immer die wichtigen sachen hingemacht in dem fall ist es jetzt weizen weil ich brauche immer weizen für meine sushis also für die häuser deswegen habe ich immer ein weizen also beziehungsweise ein reisfeld komplett voll auch mit ich da genug bekomme hier seht ihr meine tiere ich gebe zu ich ernte sie normalerweise nicht ab deswegen ist zum beispiel die ziege hoch nur level zwei aktuell ich ernte sie mal nur dann ab wenn ich wirklich bedarf habe wegen irgendeiner quest und dann geht es auch ziemlich ruckzuck weil wie man hier rechts sehen kann hier habe ich ein feld immerhin gebaut mit bäumen okay der hat jetzt im moment nichts zu tun der steht jetzt faul in der mitte rum und der bewirtschaftet jetzt hier die kompletten felder von tieren der bewirtschaftet dann die kompletten felder mit tieren drumherum es tut mir wirklich sehr leid aber wir haben anscheinend schon wieder die handwerker im haus bei mir definitiv nicht aber mir geht so langsam richtig auf die nerven hier das sind die großen felder mit schwarzen tulpen die habe ich auch ich glaube alle schon mit sprenglern voll gemacht hier kommen später noch die nächsten pferde hin die habe ich glaube ich noch nicht freigeschaltet soweit ich weiß pferde ne dann kann ich die nämlich mal kurz abernten weil die müssen ja gelevelt werden ach so der muss nicht nur gelevelt werden habe ich auch gerade eine quest mit sehe ich jetzt gerade das ist doch wunderbar ja gut wenn ich dann schon mal hier bin dann nutze ich das natürlich aus so hier diese felder habe ich glaube ich alle gleich gemacht also ich habe überall das grün drumherum diese eingänge ich werde auch weiterhin noch viel dekoration einbringen also dass ich die tiere zum beispiel hier die sollen jetzt auch nicht alle so im freien rumlaufen da kommt irgendwie noch ja ich muss mal gucken zaun drumherum eine mauer drumherum wahrscheinlich eher eine mauer was halt ein bisschen schöner aussieht da muss ich ja wie gesagt mal gucken also da hatte ich jetzt bisher noch nicht so die zeit zu bei den blumen fahren ist irgendwie für mich persönlich sehr wichtig weil ich so fand dass die mal wieder so komplett ohne deko da stand dann habe ich hier schon mal mit angefangen wahrscheinlich werde ich dann auch hinten wo die großen blumen felder sind also ganz oben auf der karte werde ich wohl auch dann was drumherum machen also da muss ich mal schauen aber da finde ich dann glaube ich nicht so schön wenn das dann das grüne ist dann müsste ich was anderes machen ich habe mal irgendwo auf der farm was gesehen wo ich gedacht habe boah geil das hättest du auch bei dir drauf machen können ich weiß aber nicht mal was das war wenn ich jetzt ehrlich bin hier das ist mein letzter helfer der hat nicht allzu viel zu tun der hat da hinten so ein bisschen zu bewirtschaften mit den truten hier vorne wo die kann ich auch direkt schon mal machen die hörscher bevor ich die zurückgesetzt habe hatte ich dir gerade erst freigeschaltet das heißt die sind entsprechend noch nicht gelevelt gewesen und entsprechend konnte ich auch noch nichts neues machen als kann ich auch ein neues pferd machen sich gerade aber immer noch keinen neuen hörsch okay na gut ums pferd kümmere ich mich dann gleich hier habe ich insgesamt drei naja eigentlich zwei volle und 1 einfällt also sprich einen farmhelfer der hat auch noch ich glaube drei reihen von den bäumen hier da habe ich jeweils eine reihe von den bäumen die es gibt damit die auch nebenbei ein bisschen gelevelt werden selbst wenn ich halt nicht online bin und nicht unten die bäume abernte und auch sonst sage ich jetzt mal niemand bei mir auf der farm ist werden sie trotzdem immer stetig wenn auch nur ganz wenig mit gelevelt und es ist sehr sehr langwierig das gebe ich zu aber das ist schon ja eine kleine erleichterung also gerade für den anfang für die ersten level da geht das eigentlich ruck zuck natürlich jetzt bei den höheren leveln hier level 22 da geht das nicht mehr so schnell bis sie dann richtig hoch gelevelt sind oder habe ich hier keinen apfelbaum drin ich habe ja tatsächlich keinen apfelbaum habe ich ja keinen apfelbaum drin ich weiß es gerade auch nicht oder der ist ach nee da hinten in der reihe da hinten geradeaus da sind doch die apfelbäume das heißt ich habe doch drei von denen und einen habe ich dann noch der die event bäume drin hat und zusätzlich noch mal drei reihen von den normalen bäumen so dass wirklich alle bäume bewirtschaftet werden mit den gummibäumen hier habe es extra so gemacht ich hatte hier dieses feld noch übrig wusste nicht so genau was ich rein tun sollte da habe ich gesagt okay ich mache mal einfach gummibäume rein ich habe zwar die farm jetzt schon komplett ausgelevelt aber gummibäume bzw edelsteine kann man eigentlich immer gebrauchen und ja ich werde noch viele dekorationen reinsetzen und gerade für die dekoration braucht man halt eben doch verdammt viel edelsteine und man braucht für die level nicht die level die lager erweiterung braucht man auch sehr viele edelsteine dementsprechend habe ich mir gedacht ist es auf jeden fall gut wenn ich davon zwei farben habe weil das ist die eigentliche farben die habe ich hier hingestellt damit wirklich kein einziger baum weniger drin steht als er soll ja und hier wie gesagt war halt noch was frei und habe ich mir gedacht okay die freien plätze fülle ich dann einfach mal mit den bäumen auf ich kann auch hier noch mal schnell die einhörner abernten das sind immerhin auch edelsteine ist nicht viel aber ich meine so kommt immerhin auch wieder was rein schade dass die range von den farmhelfern zu klein ist bin ich ganz ehrlich ich hätte lieber eine größere range aber naja gut man kann halt nicht alles haben so das sind meine riesigen gerbera feldern der riesiges relativ also das war eigentlich größeres feld das war noch mal mindestens ein so ein streifen wenn ich sogar zwei in die richtung dazu so hatte ich das vorher von der größe aber ich hatte halt jetzt keinen platz mehr und ich wollte hier unten aber man ich wollte hier unten noch ein bisschen frei lassen falls vielleicht doch noch mal ein neues haus kommt ich meine gut wir haben jetzt glaube ich seit ein halbes jahr oder länger kein neues die jetzt sie mehr gehabt also ich denke mal eher nicht dass da groß noch was kommen wird aber vielleicht werden sie doch noch mal den hinteren hochkriegen und dann noch mal was neues machen dann habe ich hier unten auf jeden fall noch ein bisschen platzfrei hier oben hätte ich theoretisch auch noch mal was frei bei den gerberas soll auf jeden fall sollen da noch sprengler hinkommen wobei ich ganz ehrlich sagen muss ich krieg auch ohne sprengler ich glaube 34.000 pro blume und ich werde erst mal gucken dass ich hier oben komplett diese blumen reihe also hier ist ja schon voll aber hier komplett diese blumen reihe voll mache ich denke mal dass ich erst mal mit den blumen anfangen die halt edelsteine liefern also sprich hier oregano und löwenzahn ist es glaube ich daneben und ganz hinten der senf und der kokos und das dritte habe ich schon wieder vergessen wie das jetzt heißt rosmarin genau die werde ich auf jeden fall erstmal mit sprenglern vollstellen auf jeden fall bekommen die ganzen tees hier noch sprengler dran weil die halt eben sehr viel bringen ich mal der zum beispiel keine sprengler wobei ich den immer bewässer wenn ich die selber aber ernte und mit einmaliger bewässerung also obwohl der sonst nichts mehr dazu bekommt bekommt der schon 72 edelsteine gibt er ab und der nächste also der rote tee gibt 71 ab ach so der ist noch nicht so hoch gelevelt okay weil normalerweise sollte der viel mehr abgeben und der schwarze tee gibt halt 84 pro tee also pro pflanze ab und das ist schon richtig richtig viel wenn die halt eben durchgehend bewässert werden bekommt man da wirklich richtig gut was raus deswegen das ist für mich wichtig hier seht ihr ja auch da waren wir eben schon von der anderen seite kurz hier habe ich extra ein großes feld voller bienenstöcke hingestellt weil man die halt eben auch braucht um seine erweiterungen zu leveln dementsprechend ja muss ich halt immer viel davon haben hier vorne denke ich mal dass ich noch ein zwei tankstellen hinstellen werde vielleicht auch ein bisschen deko da muss ich mal gucken dass ich dann hier die straße runterziehe und dann da hinten noch deko mache bin ich mir noch nicht ganz sicher bis hier vorne geht halt geht diese hausstraße sage ich mal also ich habe ja meistens immer so in einer straße drin hier ist eigentlich nur mal ein schöner platz wie ich finde wo ich auch noch mal haus bauen kann ja und irgendwie lassen die handwerker hier im haus mir überhaupt gar keine ruhe deswegen versuche ich jetzt schnell zum schluss zu kommen eigentlich habe ich euch alles soweit gezeigt wie gesagt hier hinten ist noch ein riesiges feld das geht wirklich komplett bis hier hinten durch wo ich jetzt aktuell noch nichts drauf habe weil ich gestern abend noch alles abgeerntet habe wo aber immer wieder die quests drauf kommen und so weiter hier vorne werde ich vielleicht noch ein bisschen deko hinstellen hier wird auf jeden fall noch was strand deko kommen hier habe ich ja einige von diesen verkaufs ständen von den fischen hingestellt der vorteil daran ist dass man dadurch ein höheres lager hat also wie ihr seht habe ich jetzt 31.000 von den fischen ich hätte normalerweise weiß ich nicht vielleicht 29 oder 30.000 weil diese stände die machen dann doch einiges aus wenn man die da hinstellt erhöht man halt das lager hier habe ich schon mal so ein bisschen dekoriert so in der art soll es eigentlich vorne auch weiter gehen aber mehr so in der art dass sich die leute da hinsetzen können und so weiter und ich ziehe das jetzt einfach mal durch auch wenn man mich vielleicht nicht mehr verstehen kann weil ich habe die schnauze gerade echt voll ich weiß nicht wäre schon wieder was am machen hier habe ich die zwischenräume voll also zugemacht und habe hier überall diese stege hingemacht wie ich das ja schon auf der anderen farm auch hatte ich finde das einfach klasse weil es sieht ja so aus als ob es irgendwo ein großes becken ist irgendwo aber auch getrennte becken sind und man halt hier so rüber laufen kann und sich da die fische raus angeln kann sozusagen das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool und ja ich glaube dann habe ich alles neue soweit habe ich euch alles neue soweit gezeigt ich werde auf jeden fall schauen dass ich noch ein bisschen dekoration einbaue dann werde ich wahrscheinlich noch einen ein extra video machen wo ich euch dann die neue dekoration noch mal zeigen und ansonsten tut es mir wirklich leid wegen dem lärm hier ich weiß nicht man darf nicht mehr arbeiten keine ahnung ich verabschiede mich jetzt mal ganz schnell damit euch das nicht auch noch weiter auf die nerven geht und hoffe wir sehen uns dann im nächsten video wieder hoffentlich dann auch endlich wieder ohne störungen weil es ist schon das dritte oder vierte mal dass in diesen haus die handwerker kommen und es geht mir langsam auf die nerven weil man kann wirklich nichts mehr machen nichts mehr aufnehmen gar nichts mehr bis zur nächsten folge